Ok. Ja, der verbindet sich grad. Hat ein. Hat ein Hit. Oh, no scope alter. Hast du sie gesehen? Nee. Wollt grad. Ich muss sagen, bis jetzt gehts eigentlich so. Von den Augen her. Mit der Verträglichkeit. Letztes Mal mit Pascal, war ja schon nach der ersten Runde, dachte ich, oh nee. Echt? Da war das schon so schnell? Mhm. Ja, und dann nach der zweiten bin ich dann raus. Ja. Und dann war der Rest des Tages gelaufen. Ui. Geil. Holzverarbeitung. Ja. Komm man, ich hab meine Gegengiftspitze nach hinten. Mhm. Kann man doch gleich so verdächtig. Oh. Ja. Dann war schon wieder nur ein Boss. Neuer Mann. Pass. Tja. Guck mal. Irgendwann. Als das Event gestartet ist, hatte ich ein, zwei Runden, wo wir den, also wo wir ganz normal gespielt haben, aber wir haben andere gehört, die sind einfach wirklich im ausgekrauten Bereich dann rumgerannt, um Kürbissen zu farmen. Aha. Hey, da ist der Kürbis. Kann ich den mit dem Messer kaputt machen? Ja, aber bei den kleinen kannst du auch einfach drüber laufen. Okay. Oh, hier ist eine Kasse. Oh, ich könnte mich so ärgern mit dem Schatten. Oh, hier ist eine Kasse. Oh, das wäre so geil gewesen, als Gäffer oder zwei Full-Gear-Boys weggemacht. Das machst du nicht jeden Tag. Mit den schönen Sachen rausgegangen. Oh, ich will jetzt mal lehnen. Aber das geht ja nicht. Ja, wenn ich den dritten noch kaltgemacht hätte und dann mit doppel Loot raus, das wäre das Ultra gewesen. Hier ist der Boss. Ich will noch schnell einen Hinweis. Schade. 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 Ich will noch einiger weg. Schade. Schade. Oh, hier sind schon welche. Hier vorne. Die sind hier die Holzrampe hochgedauften. da kommt noch einer über die balken die andere hat eine sparks im bossraum jetzt ich hab sie sehr schön die andere ist genau über uns die ist runter gesprungen was armbrust von irgendwo da oben sehr gut messer joe alter er ist scheinbar daneben nach der andere legion so gucke ich gleich noch mal rein munition was brauchst du für munition lange und kompakt und draußen waren auch noch ganz viele munitionskisten und da wo der hinweis war oh das ist das ist so hier drin ist auch noch eine munitionskiste sehr gut hier drin ist hier 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 sascha hier あの Und wieder einer meiner blöden... Boah nein! Ich wollt grad... Der hat nen Hit-Locker gekriegt. Ok. Ja. Der verbindet sich grad. Hab einen. Hat nen Hit. Ne. Oha no scope alter. Hast du sie sehen? Ne. Ich wollt grad... zu dir wechseln. Tarkov macht sich bezahlt. Geil. Mann, ich wollt grad die Bärenfalle da hinten platzieren. Dann kommen sie hier hoch. Na ja, dann haben wir doch schon auch vier Leute weggemacht. Aber sag nicht, dass wir schlecht sind. Sag nicht, dass wir gut sind. Ne. 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 Muss da nochmal ein Medikit sein. Das drin hab ich schon bewusst. Achso. Ich wollt grad sagen. Ah hier ist noch. Mal kurz nach Grafiksettings gucken. Randloser Vollbildmodus. Ne. Ich bin vollbild. Objektqualität niedrig. Was ist das denn? Weil das die Objekte die Gegenstände nicht so schön gerendert sind. Ja, ich weiß auch warum ist das niedrig? Achso. Mache ich mal Mittel hier alles? Hä? Mein Spiel reagiert nicht mehr. Micha? Jo. Oh jetzt, oh alter. Das war wegen den Grafikanstellungen. Ich lass das jetzt erstmal. Hab einen gekillt da hinten bei dem Drücke. Sein Partner ist da hinter der Hütte. Okay. Ja der hat zu lange zu mir gescoped. Hat einen Hit. Ist wahrscheinlich wieder hinter die Hütte gerannt. Ja. Schade kein Hitmater. Ich lebe den auf. Gerade mal auf, ja. Ja nur den einen. Der ist immer noch dahinter der Hütte. Okay. Wann ich mir mal kurz Munition holen? So. Bei einem Bounty hinten war noch eine Kiste. Und die hab ich schon genommen. Ja okay. Wollen wir mal pushen? Joa. Warte ich. Erst mal Sicht geholt. Ich renne. Der ist jetzt bei 270. Ja. 270. Okay. Alter. Warum trifft denn der jetzt so gut? Ich hab mich kurz verarzt. Mhm. So. Da sind nach dem Erdhügel da vorn. Ja. Hat einen Hit. Oh. Da sind aber zwei. Glaub ich. Ja. Oh ja. Aber einer ist nah. Der andere ist noch. Knappen. Ja. Fehlt noch einer. Ja. Es sind zwei auf der anderen Seite. Es ist ein neues Team. Also Richtung Ziegelei oder was? Ja. Jetzt nicht Eric. Ich hör nichts. Lass mich jetzt. Wo hast du den anderen gekillt? Hier gleich hinter dem Hügel. Wo hast du den gekillt? Hier unten. Den kannst du loten hier. Okay. Sehr gut. Krieg ich wieder ein bisschen Sicht. Oh. Die sind ziemlich nah jetzt gespawned. Okay. Oh. Da hin ist noch. Nein. Scheiße. Und er gibt mir natürlich einen Header. 0,67 KW. 0,67 KW. 0,67 KW. Achtung links. Oh. Oh. Schade. Schade. Na ja. Aber war ein geiler ran. Ja. Leute. Geholt. Mhm. Was glaubst du nicht? Der Typ der dich auch gekillt hat. Mhm. Den hab ich gehittet. Und der bleibt einfach seelenruhig da sitzen und scoped weiter. Mhm. Ja. Ja. Das ist schade. Ich hab bei dem letzten hab ich über seinen Kopf drüber geschossen. Das war einfach nur. Und der höץ Nummer vier bis ich euch auch gerne. gesprochen hat ihn mir noch mal gesagt hat. Jств Pause.